Das nächste Lied trägt den Titel Hände. Und es geht in diesem Lied um das Thema Verantwortung übernehmen. Und unsere Hände sind ein Teil unseres Körpers, mit denen wir den ganzen Tag ganz vieles tun. Und die rechte und die linke Hand haben dabei ihre ganz speziellen Aufgaben und ergänzen sich in perfekter Art und Weise. Und vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass eine Hand nicht so gut funktionierte. Vielleicht war der Finger gebrochen oder die Hand war verstaucht und dann musste die andere Hand auf einmal mehr tun und vielleicht auch ganz ungewohnte Aufgaben übernehmen. Und das war dann wirklich auch ganz komisch und dafür musste man auch ziemlich viel Energie dann vielleicht aufwenden, weil das so ungewohnt war. Aber es war auf jeden Fall wichtig, dass man sich darauf eingelassen hat, damit es weitergehen konnte im Alltag. Und so ähnlich ist das auch bei uns Menschen. Denn genau wie die beiden Hände Teil unseres ganzen Körpers sind, sind auch wir Menschen am Ende alle miteinander verbunden. Und trotzdem wir alle ganz individuelle Personen sind, hängen wir als Menschheit zusammen. Wir sind alle eins. Und übernehmen alle miteinander die Verantwortung dafür, was auf der Welt geschieht. Hände Hände helfen Hände heilen Hände geben Hände teilen Hände formen Hände lernen Hände greifen 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 Diese Geschichte schreit, Hände töten, wieder und wieder, Hände legen, Grenzen nieder, Ballen sich zu Fäusten, nehmen mit Gewand, Hände werden älter, Hände werden kalt. Wir sind die Hand, die auf die andere Weile schlägt, die Hand, die den Finger in die Wunde legt. Wir sind die Hand, die untätig bleibt, wir sind die Hand, die diese Zeilen schreibt. Hände rühren die Träume und schüren die Flamme und auch gehören rechts und links zusammen. Hände waschen sich in Unschuld von der Sünde an, Hände können alles und doch nur Teil des Ganzen sein. Wir sind die Hand, die tröstet und vergibt, wir sind die Hand, die bedingungslos fliegt. Wir sind die Hand, die das Böse vertreibt, die Hand, die jeden Tag die Geschichte neu schreibt.